Ah, sehr schön. Direkt Mercarius. Die Yoshi-Insel wurde von einem schrecklichen Fluchheim gesucht. Sieht aber eigentlich als noch normal aus. Die Insel mitsamt ihren Welten wurde in ein Pop-Up-Buch verwandelt. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich Trash. Und alle sind stoned, nice. Der Happy-Bomb wurde gestohlen. Die Yoshis sind sehr unglücklich. Ja, das ist Fakt. Das ist super Fakt. Es muss Baby Bowser gewesen sein, nur er kann sowas tun. Wow, ja. Warum auch nicht rassistisch oder asozial sein? Wir haben kein Glück mehr und keine Freude mehr. Depression. Depression Mode. Irgendwo auf der Insel stehen sechs Eier zum Schlüpfen bereit. Oh. Und jetzt alle. Oh Gott. Plopp. 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 Der Gelbe bin so ich. Ohne Scheiß. Aber alles, was wir nur tun, ist doch eben erst geschlüpft. Stell dir mal vor, dieses Lied wäre von Waluigi gesungen worden. Oh Gott. Das Game, though. Äh. Ich weiß aber nicht von Chapter 2. Sekunde mal. Yes. Pure Death. It's pure Death, I tell you. So. Ach ja, fangen wir am besten mal mit Level 1 an. Es kann übrigens zu grafischen Problemen kommen, weil die Emulator-Version hat irgendwie nie richtig funktioniert bei mir. Ich hoffe. Ja. Oh, es geht los. There we go. Oh mein Gott. Okay, ja. This is our life now. This is our life now. Ach, da ist mein. Oh mein Gott. Looks good. Ne, okay, Moment, da müssen wir mal ran. Äh, Video-Plugin. Können wir da irgendwas... Oh mein Gott, das sieht nicht gesund aus. Das ist, wenn wir... den hier mal nehmen. Äh, sind wir noch für das Spielstipp. Ja, dann setzt er das Spiel zurück. Es ist immer noch... Oder zerstör dich selbst, das geht auch. Okay, this is happening. Mir war irgendwie von Anfang an klar, dass dieses Spiel mir Probleme machen wird. It's always the same. Äh, okay. Nintendo. Ja, okay. Das sieht schon mal etwas gesünder aus. Sollen wir mal einen anderen Plug-in? Ah, geil. Er kennt den Scheiß wieder. Ah, jetzt ist er. Okay. Mal gucken. Ja, okay. Game Graphic Grinch, Klemlin. Jetzt sind's Äpfel, okay. Ah, this looks much better. Okay, das sieht schon mal weniger aus wie grafischer Durchfall. Ah, yes. Damit können wir doch arbeiten. Damit können wir arbeiten. Doch, doch, das sieht solid aus. Das sieht durchaus solid aus. So, ich will auf jeden Fall, das weiß ich noch, ich will alle Herzen. Weil dann kann ich hier die ganzen Welten mir tatsächlich aussuchen. Also halt, wo ich hin will als nächstes und wo nicht. Und die Melonen nehme ich einfach, weil ich so eine kleine Highscore-Hure bin. Mehr nicht. Das sieht auf jeden Fall solider aus, als das von eben gerade. Aber jetzt mal. Ganz ohne Flachs. Also, das sieht ja hier um einiges jetzt angenehmer aus. Weil das eben, das war ja nicht gesund. Oh, shit. Einmal unten lang. Und Speed-Mode. Speed-Mode. Speed-Man. Speed-Man. Das ist ja absolut nicht, äh... Nein! Oh, fuck you. Aus dem Weg. Ich verwandle einfach Gegner in Obst. Warum eigentlich nicht, ne? Ist ja unser Leben. Ist auch Alive now. Und noch ein Anfall. Noch mehr Rockmusik. Because why not. Den habe ich total zerstört. Der überdenkt sein Leben jetzt zweimal. Yoshi-Rock-Metal. Yoshi-Rock-Metal. Ach, genau so war das. Ah, da kommen noch ein paar schöne Glitches auf. Vielleicht sollte ich dich erst mal von der Leine lassen. How about that? Alter, wie sich das Ding überhaupt bewegt. Alter, sieht aus wie so ein hyperaktiver Wackeldackel. Ah, cool. Genau, wonach ich... Habt ihr gesagt... Waren das die Scheine? Ich höre die ganze Zeit Geräusche im Hintergrund. Das verstört mich. Waren das ist ne Blume, die einen absolut für umsonst voll heilen lässt. Just saying. Ähm. Okay. Danke, Doge. Danke dafür, Doge. Stell mal echt vor, es würde so ein Metal Gear in Yoshi fahren. Oh, no! Er links... Er links... Er links ab, wenn er fürs Followern. Oh. For free? Yesi. Alter, was... Wie kannst du es wagen, dich in einem Ding zu verstecken? Also, da muss ich tatsächlich anfangen, Schmetterlinge zu essen. Könnt ihr mal aufhören, ihr Kleintir... Alter! Alter, was ist los mit euch? Da komm ich nicht hoch, oder? Nö, fuck das. So, du kleiner Wackeldackel, wo bringst du mich jetzt hin? Wo bringst du mich jetzt hin, ne? Was willst du jetzt? Was ist jetzt deine Sorge? Ja, hier und da sind ein paar Grafik-Clitches, aber... Gibt's Schlimmeres. Ah ja, schau mal, na, guck. Hast du mich glatt dran vorbeigeführt? Du Hund, du. Du Hund, du. Du, du, Hund, du. Und wir sind am Level-Anfang? Am Level-Anfang? What? Okay, dann... Let's eat everything! Dann essen wir halt alles, wenn's nicht anders geht. Essen wir halt alles. Auch Bananen. Und auch... Träuben. Träuben, hab ich gesagt. Wenn ich träuben möchte, dann ess ich auch Träuben. Apfel. Melon. Ne ganze Melon. Oder... Was kann man noch fressen? Dich kann man nicht essen. Hab ich auch nicht vorgehabt. Geh mir aus dem Weg jetzt. Alter. Kannst du's wagen, dich mir in den Weg zu stellen? Aber ja, ich hätte keine Ahnung, wo jetzt die anderen Melonen sind. Nicht ganz selig. Bin nicht überfragt. Aber gut. Oh. Ah, shit. Ihr shit! Das ist nicht werbefreundlich. Shit! Warte mal, die Dinger nicht auch irgendwie kaputtjumpen. Ich meine, irgendwann geben die nach. Irgendwann geben die nach. Geht doch. Ich wusste, irgendwann geben sie nach. Irgendwann geben sie alle nach. Oh, shit. Noch mehr Obst. Stell dir mal vor, die Yoshis wären Fleischfresser. Oh, come on. Ich hatte gerade einen Lauf. Vor allem, Yoshis essen die ganze Zeit einfach Obst, was irgendwo auf dem Boden liegt. Auf Pappe. Da hab ich einfach dran vorbeigerannt. Okay. So, pass auf, Leute. Für diejenigen, die das nie gesehen haben, ne? Ihr kriegt gleich den Asset-Trip des Jahrhunderts. Pass auf. Ihr kriegt gleich den Trip des Jahrh... Okay, Blackstreet und dann das. Oh, Leute. Pass auf. Pass auf. Selbst wenn ihr einen richtig beschissenen Tag hattet, ne? So einen richtig, richtig beschissenen Tag. So einen richtig, richtigen... Crap Day. Ich bitte. So einen richtig, richtigen Tag. So ist das. So tut das. So fühlt es sich an, wenn man Drogen nimmt, Kinder. Die Höhen. Kanalabin... Uh! Oh, warte mal. Oh, ich will hier rein. Aus einem einzigen Grund. Wer ist... Ist es das? Ich glaube, das ist es. Ist es das mit der Musik? Es ist das mit der Musik. Okay, okay. Ich kann nicht anders. Hört... Gebt euch einfach diese Musik und... Versucht einfach ein wenig cool zu sein, ja? Let's turn the speed up. Sekunde. Malabin... Buhーん. Buhーん. Buh. 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 donít. Break it down! Okay, gut. Ich muss es wieder ein bisschen leiser machen. Sekunde. Trotzdem, solange diese Musik hier läuft, behalte ich die Brille auf. Ist mir scheißegal, ob das gesund für mich ist oder nicht. Ja, danke, Spiel dafür. Oh mein Gott, der sicke Beat. Oh mein Gott, der sicke Beat ist nicht mehr so sick. Oh mein Gott, der Beat ist ertrunken. Scheiße, der Beat ist ertrunken. Wow, what the fuck, what the fuck. Ist das noch in einer Brille oder habe ich einen an der Flöte? Oh, ich habe ein Herz. I want that. Ich kann nicht wahr sein. Kannst du es wagen? Mach die Tür zu. Kupo. Pop die Tür zu. Kupo. Yoshi. Yoshi. Ich verstehe da mal. Klopp die Tür zu. Klopp die Tür zu. Kupo. Yoshi. 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 Dööö. Wap bade. No shit. No shit. No shit. No shit. Stell dir mal wirklich vor, Yoshi würde das singen. So im Hintergrund und dann sitzt der Yoshi da Oh shit, oh shit Der Lila hat erklärt Ich mag diesen Bereich hier nicht Oh der klingt um einiges anders RIP RETT YOSHI RIST AND PEPPEROON That's shit, that's legit shit Und was da dran hängt, will ich glaube ich gar nicht wissen Yoshi, oh fuck Ist da irgendwo was? Ne, ist es nicht, okay Ah fuck, da ist aber was Yoshi Oh look at this Jetzt muss ich das Level nur noch überleben Und ich glaube da ist ich ein Problem drin Jo shit Nicht mehr werbefreundlich Nicht mehr werbefreundlich Jo shit Okay alles wieder quick Der sicker Beat is back, yo No shit man Fuck shit Dipp shit Eat shit Oh 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 Fuck no Okay das ist Feather, den will ich nicht Den will keiner, der ist so ungesund Oh shit Yo shit Diese kleinen Terroristen kommen da alle raus Ach du Scheiße Ja lol Yo shit Wow Ach so, damit man da hin kann Yeah Yo shit Es tut schon langsam in den Augen weh gerade Muss ich sagen So ganz langsam Jo shit Yeah Yo shit Eigentlich will ich aus diesem Level nur noch raus Weil ich will den schwarzen Yoshi haben Einfach um Kashi stolz zu machen Yo shit No shit Oh shit, nur noch fünf Flopflopflopflop Mach die Tür zu Kuh, bro Yo shit Yo shit Ey, diese Welt Dieses Level Eigentlich wollte ich das nur wegen dieser Welt hier In dieser einen Welt Wisst ihr Oh shit Yo shit Oh shit Boah, Alter Ja, das Es tut geringfügig in den Augen weh Das sind halt keine Gaming-Sonnenbrillen Das ist eine Fuck-normale Sonnenbrille Ja Ja Ich hab's Ja, danke Genießt den Beat nochmal einmal richtig, Leute Genießt den nochmal Okay, zu spät Oh mein Gott Oh Die Welt erstrahlt in gleißendem Licht Go, Sacka, Dick Nicht werbefreundlich Werbe nicht freundlich Fick dich, Werbung That was a mistake I made Sack Joshua Was verstehe ich? No shit Du Asshole Du Asshole Du Asshole Ich hab keine Ahnung, was die da wirklich singen Ich verstehe kein Yoshi Sprachisch Shit, wir haben nur ein Herz, ne Ein Herz haben wir nur gefunden Oh Sonnenbrille It was a mistake I made Ja, okay Das level weiß ich noch Das ist nice Und jetzt haben wir den schwarzen That's not racist at all Yoshi Oh Gott, hat der eine tiefe Stimme Der hat eine tiefe Stimme Oh, das level ist schön Boi Flow Es ist der schwarze in der Hut Ja, ich mag auch Ganz ehrlich, das Spiel ist an sich super schön Das ist Fakt Und ich glaube es gibt hier Hier weiß ich sogar, wo hier ein weißer Yoshi ist Oder ein anderes Secret Und da hätte man den schwarzen und den weißen Nimm das Trump Yoshi ist Yoshi kann beides sein Schwarz, weiß und asiatisch Okay, sorry Er ist wie ein Panda Okay, meine Augen müssen sich jetzt erstmal wieder an das Licht gewöhnen Darf ich mal nur mal so betonen, dass diese Dass diese Vögel ekelhaft aussehen Boah, das ist ein so schönes Level an sich Boah, stimmt Die vom Die schwarzen Eier, die explodieren so megamäßig Das ist not sexistisch gemeint Oder so Das ist nur eine Anmerkung Ich meine, gebt euch das mal Boom Die knallen richtig, wenn die explodieren Ja, ich weiß Wisst ihr, wie schwer das ist, sowas zu sagen Ohne You know Das ist schwer, Leute Ist nicht einfach, ja Aber kann Yoshi auch mexikanisch oder jüdisch sein? Ich weiß nicht Wenn auf einmal Yoshi anfängt, Ranuka zu feiern Wissen wir Bescheid So mal, ich glaube, hier war das Ich bin mir nicht irre Oder? I don't want to die Okay, hier war das, okay Ich habe jetzt echt gerade ein Risiko einfach nur gemacht Ja Weißes Ei Jetzt haben wir auch einen Weißen Jetzt brauchen wir nur noch einen mexikanischen Yoshi Au Paff Warte mal was? Konnte der schwarze und weiße Yoshi nicht auch Pfeffer futtern? Stimmt Stimmt, ich glaube, da war was Rive Lane, vielen Dank fürs Followen Den mexikanischen Yoshi nennen wir dann Dake Ach, Dake Der gute Dake Der gute Mexikaner Dake Wie hieß dein alter Kanal nochmal? Ich weiß nicht Sein alter Kanal, der hat glaube ich irgendwie voll den coolen Namen an sich Wie komme ich jetzt hier wieder raus? How do I get out here? Warte mal Durch dich, oder? Oder auch nicht How do I get out here? Achso, hier Einfach da Oh, das Ding war cool Ich habe es doch damals nie begriffen, wie es funktioniert, aber Ich weiß, es war cool Was denn hier jetzt? Tentefilm Was? Okay, vielen Dank fürs Followen, Dude Oh, das Ding ist cool Das fühlt sich richtig nice an Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie lange das jetzt noch geht Please stop Stop, please Ey, 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 ey Nimm deine Daddeln davon weg Es ist das Oh, bei mir kommen da auch Erinnerungen hoch Wie gesagt, ich habe das als Kind immer sehr viel gespielt Das weiß ich noch Yesa Ich weiß halt, je mehr Herzen Also wenn du alle vier Herzen in einem Level findest Kannst du dir halt in der nächsten Welt die Level aussuchen Und dafür waren die da Yoshi Was ich nur irgendwie schade finde ist Ich meine, klar, die Art von Yoshi spielen ist super toll Aber Ich weiß nicht, irgendwie wünsche ich mir auch mal wieder sowas wie Yoshi's Island Also hier Super Mario 2 Yoshi's Island Sowas halt Okay, du bist definitiv unverwundbar Du bist ein Assi Raven Magst du jetzt mal nicht hier existieren, wo ich bin? Danke Prrraing 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 Boom Was könnte denn der Weiße noch mal Noch mal Yoshi's Island Plus Ja, also Ich meine, es gab ja Gab's nicht Yoshi's Island für ein DS dann noch mal später Und es war irgendwie Mäh Tatsache er kann die Dings essen. Ihm wird einfach nicht schlecht. Und das ist am Spikeball. Ich wollte gerade sagen, euch kann man doch essen und kriegt dadurch Leben wieder. Da war doch was. Es sei denn ihr seid blau. Weil du willst nix essen was blau ist. Das ist Fakten in unserem Leben. You won't eat shit that's blue. Ham 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 ham. Some spikeball of death. Ist es mir wert. Some spikeball of death. Ich bin Yoshi. Fress dein Zeug und hör auf mich knuddeln zu wollen. Blue Waffles, Blaube. Okay, gut. Ich hab nen Point. Har. Hehehehe. Bebe debe. Ich bin doch mal dort und schwupps wieder fort, Mann. Wuuu. Ähm. Ich mein, der Boss sollte irgendwie unsichtbar sein. Ist aber nicht, weil Grafik glitsch. Bei Gebot gescannt. Bei Gebot gescannt. Bro. Jetzt Nolo sein Dank fürs voller Hund. Oh Gott. Wabidi ba. Wabadabai. Aua. Schulter. Au. 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 Spänen. Du Asshole. Du Asshole. Bist nicht werbefreundlich. Ech. Und das alles nur, weil du nicht werbefreundlich bist. See what you did there. Nur weil du nicht werbefreundlich bist. Mann. Mann. Oh shit, boy. Oh, die Musik hier. Oh, Dschungelsumpf. Ich glaub das Level war cool. Glaube ich. Es kann sein, dass es total scheiße war. Looks like I done a mistake. Ich nehm alles zurück. Die Musik. Die Musik, ey. Diese Musik. Oh oh. Öh. Hahaha. Shit, ich konnte nichts sehen. Ich liebe grad die Musik einfach nur. Hopp, 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 hopp. This one feels the two five gun. Weißt du, du hörst solche Musik. Du hörst solche Musik und er ist einfach ein schwarzer Balken, der am eskalieren ist. Und diese Musik muss ich mir nachher laden. Die pack ich morgen ins Show zum Sonntag. Niemand pack... Nimm das mir ernst. Diese Musik. Alter. Diese Musik ist nicht mal trash. Sie ist einfach... Weird. ... ... D divis. Eine ähm verk unfortunately. Doms. Oh. . Habababababababababababababababababababababababab! Ha! 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 Ei, diese Musik. Ich liebe diese Musik gerade. I'm in love with the music. I-O. I-O. Diese Musik ist einfach dauntlike. Diese Musik ist das Highlight meines Lebens. Ich möchte, dass das während meiner Beerdigung gespielt wird. So, man hat das jetzt mal ein... Sekunde mal kurz. Oh, warte mal. Ich merk grad, mein Dings ist hier ganz falsch. Warte mal. Okay, warte mal. Ich muss mal kurz was fixen. Okay, besser. Ich hab jetzt erst gemerkt, dass mein Dings kaputt war. Mein Interface. Die Musik in diesem Spiel ist so genial. Oh, ja. This is why I remember this game. Oh, das ist so... Alter, ich möchte, dass das auf meiner Beerdigung gespielt wird. In Dauerschleife. Zusammen mit We-We are number one. Oh, da hat's some coins. Da hat's some coins I need. Ich mag die Musik, wo sie ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Du bist ein richtiger Asi. Du bist so ein richtiger Insta-Killer-Asi. Du müffelst. Du grüßt die. Ja. So eine Art bist du. Deswegen will ich hier raus. Ich möchte meinen... Den weiß ich doch nicht, den möchte ich behalten. Oh Gott, noch so einer. Ah ne, das ist der Spucker. Ich glaube, der hat einen nicht gefressen, der hat nur gekotzt. Ja, der macht nur... Der macht nur... Der macht nur... Der möchte ich schnell raus. Der schwarze Balken des Todes ist echt stark hier. Der ist echt stark. It's strong in this one. Bah. That's some nice points. Yes. That is nice points. This is nice points. This is rubbedidu. So, ich glaube, wir zwei Durchschläufer haben wir Zeit heute. Das dürfte erinnern. Okay, gut. Beim zweiten Mal ist es... Beim fünften Mal ist es nicht mehr witzig irgendwann. Mal ganz kurz was gucken. Ah ja, ganz vergessen. Ich muss mal dran denken, dass das passiert, wenn ich das tue. So. Und die Yoshis wurden happier. Ja, Mensch. Das ist schön für die Biester. Gut, dass man sich da mit diesem dreckigen Leuchter unten anlegen muss. Oh, ich möchte bitte... Ich möchte bitte das... Das Land Level. Ich habe keine Lust davon, alter Wasser Level. Nimm mir den schwarzen. Yoshi. Weißt du, das hat weniger mit Wasser zu tun. Da kann weniger schief gehen. Was? Ich habe es geschafft, OBS. Und, äh, den... Okay. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass das große Probleme gibt. Also, da vertraue ich OBS, dass sie das eigentlich hier in Shit gebacken kriegen. Das würden das, glaube ich, nicht so viele Leute nutzen. Ihr Dinger seid auch, ne? Wow! Wow, welchen der Luft jetzt schneller? Double-Kill! Yoshi! Aus der Luft geschossen! Ist hier irgendwas... Irgendwas Interessantes? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Boah, nein, ein Stock! Ein Stock hat mich verletzt. Oh! Ist meins. Ist mein Herz. Yoshi-Metal ist das. Ist das... Yoshi-Symphie-Pop-Shit. Oh, ja. Das, äh... Das sollte eigentlich nicht so aussehen. I remember. Ihr Dinger solltet so nicht aussehen. Ich geh mal auf euch, ne? Hope you don't mind. Yeah, ja. D-d-d-d-dö. Hier schon die drei. Ach, du Scheiße. Da sind wieder ein paar Hippies unterwegs. Aber immer noch besser als das Unterwasser-Level. Oh, shit! Ein kleiner Rescue-Ranger. Oh, ja, doch. Dich hab ich gern. Da kommt der Rote nämlich auch mal wieder. Kriegt der Rote vielleicht auch nochmal was zu tun? Außer Luft gesnackt. Ja, danke, dass du deine Toilette unter mir entleerst, du Assi. Sackgesicht. Fatality. Shit. Komm ich da irgendwie hoch? Kommt doch da bestimmt irgendwie hoch. Hier bestimmt. Die Musik ist an sich echt awesome. Muss man naja ganz ehrlich sagen. No! Gib mir das. Und deine Seele. Okay, zwei noch. Wow. Allenax. Vielen Dank für das Follow-on. Allenax. Ja, okay, danke. Ja, das ist aber so. Wir müssen halt mit hier... So ein paar Bugs müssen wir halt hier leider leben. Die Emulator-Version von diesem Spiel war nie besonders helle. Das ist das Problem an der Sache und ich weiß nicht mal warum. Gott, hab ich hier alles schon gegessen? I ate everything. Ach, da ist eine Banane. Da ist eine Banane. Dass ihnen das so egal ist, ich hab grad seine Kumpels getötet. Das interessiert ihn einfach nicht. He just doesn't care. Die zwei neuen Stands von Jojo. Blue Screen of Death und Deadly Black Bart. Ja, das ist... Klingt beides sehr ungesund. Wenn ich das mal so... So, ne? Juck, 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 juck. Juck, kratz, kratz. Ich weiß nicht, ich hab das Unterwasser-Level hier immer damals gehasst. Ich weiß nicht warum. Ich glaub, das war das erste von denen hier. Juck, 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 juck. Juck, 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 juck. Joshis werden immer süchtiger. Das passiert, wenn ihr Koks nehmt, Kinder. Das Finale. Äh, Geisterschloss. Sag mal, Geisterschloss. Klingt noch fun. Das klingt nach Geistern. Jo, hol mal mein... Hol mal mein Homie zurück, ja? Hol mal den Roten. Hol mal den Roten, ja? Ja. Sehr gut. Der Squad ist wieder vereint. Der Squad ist wieder vereint. Wenn du in der Hood bist. Ist schon irgendwo fies, ne? Ich meine, ihr könntet einfach euer Augenbinde abnehmen. Und ich wüsste nicht, warum ihr das nicht tun solltet. Ah, cool, ne Höhle. Nothing. Baaah. Baaah. How do I... Hä? 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 Ich kann nicht von dir abspringen, oder? Nee, du verschwindest noch trotzdem. Okay, I don't get it. I'm Audi. Eckband, Audi. Gehst du da jetzt hoch? Danke. So, und jetzt wieder durch die Röhre, die auf einmal gelb. What the fuck? Die ist zuerst blau und dann ist sie gelb. Ihr habt ein merkwürdiges Röhrensystem hier. Sollte mal Mario rufen, der löst sowas in der Regel. Ah. So einen Knödler brauchen wir wahrscheinlich. Hat er sich jetzt einfach... Hat er gegen die Buhu-Regeln verstoßen? Und du da oben, du gehst mir auf den Keks. Ja, gar, sehe ich auch so. Du bist ein... Ich wollte gerade sagen, geh doch einfach mal weg da. Wächter, hier kommt schlechter. Hä? Das ist alles? Scheint so. Okay, weiter ist nicht geschnüffelt. Eigentlich geht's da um den mexikanischen Yoshi zu finden. Das ist, äh... Das ist der ganze Plot, ne? That's everything, folks. So, einmal an Eiern aufstocken und dann geht das auch wieder. Das war retarded von mir. Was hab ich eigentlich gedacht, dass damit passiert, hä? Dass das Ding irgendwie hin und her schwebt und sich denkt so... Oh, this is my life now. What the... Du Penner-Pan. Du Pinnel-Pammel. Aua. Aua, nicht hauen. Oh, sag mal, du bist ein Assi-Pack. So, zieh ab jetzt. Na, vielen Dank fürs Followen. Ja, ich bin ganz ehrlich. Ich raff das Level nicht so ganz. Ne. Und schon sind wir bei drei. Okay. Mein Herzen gibt's ja hier nicht, also... Ich freu mich gerade, was ich hier überhaupt so lange rumdümpel. Oh. That's a Spermium. That's another Spermium. Ihr könnt mir nicht sagen, dass es was anderes sein soll. Das kaufe ich euch nämlich nicht ab. Oh, by the way, ich mag die Musik hier. Okay. Okay. Dann so. Ha! Okay, gut. Bäh. Los, mein kleiner Freund. Bring mich da hin. Bring mich da hin, wo Zeug fließt. Vorzugsweise Blut. Das Blut meiner Feinde. Ich liebe die Musik in diesem Spiel, ja, junge Scheiße. Ihr braucht echt lange, um euch zu transformieren. Nur mal so. Scheiße. Scheiße. Bleibt doch mal einmal, wie ihr seid, ja? For fuck's sake. Bleibt doch einmal ein Klumpen. Aha, ha. Aha, ha, ha. Was ist denn das? Ist das da oben ein Herz gewesen? Mann, oh, stop it. Wieso sind hier Herzen? Ich meine, die bringen doch dann gar nichts. Okay, doch, Punkte, aber... Fuck my life. Ja, du... Ja, danke. Nur ist das denn, danke fürs Vorlauen. Du Asi-Pack, Asi-Geister-Pack, Asi-Geister-Pack, ihr seid Asi-Asi-Pack-Geister-Pack. Ey! Oh, Alter. Okay. Ich guck dich nicht an, du... Ihr seid echt ein bisschen kerndämlich, kann das? Nur mal so ein bisschen. That's a key. That's a key I've ever seen one. Ah, cool. Ach, schau mal, na, guck. Okay. Ach, cool, das brachte so gut wie gar nichts. Das ist nice. Aber guck mal drauf, wir sind wieder hier. Das ist, äh... Das ist, ist... Das ist der Handy. Aber dafür haben wir jetzt einen Schlüssel. Keine Ahnung, was wir mit dem sollen. Na, 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 na. Die Musik ist einfach gut. Die Musik ist nice. Ey, ey, ey. Dreh mal nicht durch. Ich hab nen Schlüssel. Und du nicht, du Loser. Hier ist Part 4 jetzt. Okay. Mit Licht und Ding... Ey, ey, ey. Ich lass mal fallen. Ich hebe hoch. Fuck! Oh mein Gott. In Castlevania oder Ghosts und Ghosts wäre ich jetzt tot gewesen. Zweimal. Und hätte drei Leben verloren. Und das sind merkwürdige Dinge. Merkwürdige Dinge. Oh, schöne Lichter. Sniff, sniff. Ja, das konnte ich sehen. Ja, thanks a lot. So, du... Dich kenn ich schon. Au. Ähm. How do I get out here? Wie komm ich jetzt hier wieder raus? Hä? Ich komm hier nicht mehr raus. I am doomed. Wie komm ich hier wieder raus? Yeah, well, that's... Dandy. Das mach ich jetzt nur, damit ich ein bisschen Energie wieder hab. Muss ich auf den abspringen? Wow. Ich kann nicht von ihm abspringen. Ich kann nicht darauf... Hä? Bin ich jetzt komplett retarded? Ich komm hier nicht mehr hoch. Alter, das Herz ist... Loi, wie... Wie hab ich das... Hä? Bin genauso gesprungen wie sonst immer. The fuck? Du bist ein Azipack. Weißt du, ich guck dich an. Alter. Ihr Buhus, denkt euch das auch alles so aus, wie ihr es euch lieb wisst, ne? Citrilo, vielen Dank dir für's Followen. Lass fallen. Lass fallen. Du Azlack. Äh? Äh? Ich wollt' mich doch nur an dein Leben hochheilen. An deinem Lebenssaft. Was auch immer. Au! Wie man in diesem Spiel schon fast alles durch Damage boosten kann, ey. Ohne Scheiß. Ist das schon nicht mehr feierlich. Und trotzdem fehlen wir noch Zeug. Ach, guck mal. Jetzt kommen wir hier raus. Andere... Höhle Nummer zwei. Ah, cool. Genauso. Wir kommen genau an derselben Stelle raus. What the fuck? Das Level ist merkwürdig. Ja. Du kleiner Teletubby. Du hast auch so deine Probleme, ne? Weißt du, du dienst als Checkpoint. You passed butter. 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 Hier wär auch noch ne Tür gewesen. Was ist denn hier jetzt noch? Was gibt's denn hier? Gibt's hier Obst? Haben sie Obst? Haben sie auch Obst? Das ist immer nur für eine Sohn Melone. Eine Melone. Eine Watermelon. Oder Honigmelon. Die nicht so viel besser schmeckt als Watermelon. Die nicht so viel besser schmeckt als Watermelon. Bingo. It is Apfel. I call this one. Apfel. Gaff, 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 gaff. Na, aber haben wir da nicht Marius Reit-Esel? Nämlich krumm. Mich, äh, die Bomben haben sich die Decke geknallt. Verraten wir doch gleich, wie ich dich... Ich mein... Du könntest mir auch verraten, wie ich dich besiege, indem du... Ja, einfach sein lässt. Oh no! Nils Craftwinner wird voll und... Bom, ich möchte mal so betonen, es ist irgendwie unmöglich, diesen Boss-Fight zu verlieren. Nur mal so nebenbei, weil du hast unendliche Energie direkt daneben. Oh, reih, oh, Yoshi, klein und dumm, fähig auf die Jasebomb. Oh, reih, 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 oh. Ich find's geil, wie er einfach in die Exposition springt, ey. Das hat er nix zu tun in seinem Leben. Oh, das ist wirklich hart genug, ich mach, was ich mir da drauf baue, merklich, Furchte. Ist auch ein bisschen dämlich, den direkt hier aufzubewahren, wo ich mich im Grunde konstant hochheilen und unverwundbar machen kann. Nur mal so nebenbei. Ist ein bisschen... Ein bisschen... Aber gut, ich mein, ist nicht das erste und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass du solche bescheuerten Ideen hast, Bowser. Nur mal so nebenbei. Dein Leben wird nicht schöner, sagst du, ich sag's dir jetzt schon. Ich sag's dir jetzt schon, das wird nicht schöner. Ich kann das nicht skippen, ne? Ich kann aber was anderes machen. Ich kann aber was anderes machen. Oh, cool. Der Emulator ist abgestürzt. Ja, Mensch, gut, dass ich das einmal, äh, ne? Gut, dass ich eigentlich nur resetten wollte, damit denn nachher Credits laufen können und nicht jetzt, wo sie... Ja, geil. Warte mal. Jetzt ist wieder alles... Dieser Emulator macht nur noch fertig hier. Oh, Mann. Wieso willst du nicht, du dummes Scheißkeil, dummes Scheißteil? Warum hast du jetzt irgendwie Benzin geschnüffelt oder sowas? Warte mal. Was ist denn jetzt kaputt hier? Irgendwas ist hier jetzt hart kaputt. Äh, der hier? Wieso funktioniert denn das jetzt nicht mehr? Ja, nice. Ich geh jetzt das Signal nicht mehr rein, auch so in dem Grund. What the flying fuck ist denn jetzt los hier? Wieso ist jetzt... Hä? Das ist jetzt... What the fuck? Warte mal. Jetzt funktioniert hier gar nichts mehr. Nice. Ich krieg kein Bild mehr rein, und ich weiß nicht warum. Hat die ganze Zeit funktioniert, und jetzt auf einmal... Ja, lol. Das ist ja jetzt... Wieso funktioniert denn das jetzt nicht mehr? Wieso krieg ich da jetzt kein Signal mehr rein? Kabel? Das ist kein Kabel, das ist ein Imulator. Da kann kein Kabel lockern. Sekunde mal. Und wieso ist das hier... Hä? Warum ist das da noch... Ich hab ja nicht mal mehr mein Dashboard offen. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt kaputt? Schön für dich. Verstehe ich nicht. Hä? Nur weil ich das Ding jetzt einmal zurückgesetzt habe, oder was? Ja, kann ja sowohl nicht sein. Ist das jetzt noch mein Prozess ein 10 Mal, oder was? Nee, auch nicht. Ja, das macht hier nicht mal Sinn gerade. Auf einmal erkennt er das einfach die Quelle nicht mehr an. Von jetzt auf gleich. Der Emulator ist hart scheiße, das ist der. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert das nur bei dem hier. Halt die Fresse. Ja, schlimmer kann es jetzt auch nicht mehr werden. So, warte mal. Öffnen. Das Bild ist jetzt auf jeden Fall kleiner. Das Bild ist um einiges jetzt kleiner. Hä? Ich verstehe nicht, was jetzt los ist. Wieso ist der hier jetzt noch... Ah, ich glaube, ich sehe das Problem. Moment. Was ist, wenn wir das hier jetzt machen? Erkennst du es dann? Wieso kriege ich kein Bild mehr rein? What the fuck? Was ist denn das für ein Scheiß? Okay, Plan B. Plan B, B. Ich verstehe das nicht mehr. Warum? Hä? Das, das graffe ich jetzt nicht. Das ist, wenn ich jetzt den anderen Emulator nehme. Funktioniert das dann? Das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit versuche, da... Fehler bei Speichervermittlung. Ja, Mensch, das ist ja... Was ist das denn jetzt? Ist der Emulator jetzt komplett im Arsch, oder was? Wieso ist denn jetzt mein Emulator komplett im Arsch? Was für eine Speichervermittlung? Was willst du speichern? Du sollst nicht speichern, du sollst laden. Oh Mann, was ist denn das hier jetzt? Ach, komm. Mach mich nicht fertig hier. Jetzt auf einmal kriege ich kein fucking Bild mehr rein. Und ich weiß nicht warum. And it's fucking pissing me off. Diese Scheiße, man, nie dann funktioniert, wenn sie funktionieren soll. Fuck your ass. Das ist schon wieder nicht. Warum? Warte mal. Das funktioniert nicht gut. Das kann ich also komplett entfernen. Gut, Plan B. Weil Plan A nicht funktioniert. Machen wir es so. Sieht zwar trash aus, aber... Ja, müssen wir jetzt ein bisschen umdekorieren, nicht? Ach nee, warte mal. Das heißt... Ähm... Unten. Das unten muss weg. Ich bin ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Aus irgendeinem Grund funktioniert jetzt auch mein anderer Emulator nicht mehr. Den, den ich sonst immer benutze. Das ist jetzt offenbar auch kaputt. Wieso passt denn das jetzt? Ach ja, weil es Dingsgedings ist, genau. Oh mein Gott, das kann doch heute nicht wahr sein hier. So. Nimm diese Scheiß Eins doch da jetzt weg, Mensch. Null. Leck mich doch. Nehmen wir so. Keine Ahnung, das ist absolut scheiße grad. Ich starte nicht mein PC neu. Ne, das widerspricht dem, was wir hier machen. Das widerspricht mir und dem, was wir hier machen. So, jetzt sollte es aber... Äh. For fucking fuck. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ich hab das jetzt als Fensteraufnahme gemacht. Warum auch immer jetzt den Emulator überhaupt nicht mehr als Signal erkennen? Und ich hab die beiden immer noch. Ja, Mensch. Ich hab die beiden immer noch. Trifft sich auch gut. So schlimmer kann es dann eben werden jetzt. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ja. Tutorial. Ich hab's begriffen, bitte. Ich wusste, dass sie darauf reagiert. Das ist grad die Eier die ganze Zeit verschwunden gewesen. Dann haben sie sich erst gegen Ende wieder gedacht. Och, ich bin mal wieder da. Ich hoffe mal, dass wir jetzt auch denn heute mal weniger jetzt mit dem Emulator zu kämpfen haben. Das wär echt nice. Warum auch immer der andere jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Ich mein, ich hab in der Zeit nichts daran verändert oder so. Oh, Dickwapp. Geh weg. Ja? Geh, geh weg. Geh einfach. Einfach geh. Dankeschön. Gib mir den da eigentlich. Einfach. Du. Mama, bidi, du. Möf, 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 idi, böf. Oder so. Oder ich rieche einfach an von Secrets. Ich rieche Secrets. Du, du, du. Du, 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 du. Ja, ich glaub, das ist sogar das Level hier mit dem Regenschirm, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber ich kann mich auch um. Ah, ja, stimmt. Schwarzer Yoshi kann alles essen. Ist ja vom Baumarkt. Ja, stimmt. Es ist sogar das hier. Es ist super cute. Einfach mit dem fucking Regenschirm. Nein, 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 nein. Go suck a dick. Das wollte ich nicht. Wofür ist das hier? Ich hab'n Regenschirm. Dass man dann einfach hier nicht mehr so flattern kann, sondern dass du nur noch... Ja, Regenschirm ist jetzt dein Leben. Der Regenschirm ist jetzt deine Existenz. Flum, flum, flum. Äh. Nyaau. Absoluter Sturzflug. Du, 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 du. Ja, Yoshi hat einfach seinen Spaß, wenn er so am Regenschirm runterdödelt. Oh, die Musik ist auch... Die Musik klingt auch nice. Döppi, 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 döppdi, döppdi, dö. Hoppe, hol. Die Musik war immer noch am besten. Oh, ja. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was ist eigentlich meine ultimative Stand-Power-Frucht. Warte mal, es war nicht Apfel diesmal. Habe ich gar nicht drauf geachtet zu anfangen. Man fühlt sich damit beschäftigt, den Kram hier wieder zum Laufen zu kriegen. Das freut mich jetzt gerade echt. Was ist mit meinem fucking eigentlichen Emulator-Lust, den ich immer benutze? Und why is it not working? Ich sage mal, wenn man... Ey! Gehst du mit deiner Zunge überall durch? Kannst auch mal irgendwo hängenbleiben. So, danke. Spikes sind böse. Wollt nur, dass du es weißt. Okay. Das ist eine Vase. Das ist eine Tonne. Ach, das... Oh, scheiße. Da hätte man lang flattern müssen. Da weiß ich doch... Yoshi kotzt einfach auf dem Boden. Vielleicht hätte ich mal das Tutorial lesen sollen. Das wäre vielleicht von Vorteil gewesen. Aber nur so... Nur eventuell. Und wieso kommt jetzt die Sonne wieder raus? Weißt du... Hat sich den gesamten Tag nicht blicken lassen. Und hält sich jetzt für was Besonderes. Das ist mal wieder typisch. Okay. It's a heart. It's a piece of heart. Kingdom Hearts. Ich hab's begriffen. Okay. Da ist einfach nur eine Spike-Wand. Das ist nice. Falls man einfach mal eine Spike-Wand nimmt. Ha, vor 24. Vielen Dank fürs Followen. Wir kaufen dein Auto-D. Tun wir nicht. Nicht sponsert bei Wir-Schnaufen-Dein-Auto-D. Und der Mond im Hintergrund erinnert ein bisschen an. Shit, wie ging das noch gleich? Warte, wie ging das? Hm. Warte mal. Das ging? Aber... Bin ich jetzt gerade retarded? Sag mal, nach oben geht das doch. Oh mein Gott. Das Ding hat mich schon damals aufgeregt. Nee, das Ding hat mich schon damals aufgeregt. Hä, das mach ich doch. Er pupst sich einfach nur so da längs. Du sollst da Kräfte... Oh mein Gott, nein. Das geht offenbar aber nicht immer. Ja, deswegen habe ich dieses Ding gehasst damals. Es pisst sich einfach die ganze Zeit da nur längs. Oh mein Gott, sag mir bitte, was ich machen soll. Willst du mich jetzt ein verarschen? Er pisst sich da trotzdem nur längs. Du sollst da richtig hin. Weißt du was? Leck mich doch. Ist mir egal. Geh ich weiter. Das ist so ein Mechanic. Das hätten sie sich ruhig sparen können. Sometimes it works. Most of the times not. Das hat damals schon nie funktioniert. Dann lässt du los und dann funktioniert es manchmal. Aber nicht in Richtung. Richtung ist schlecht. Nur in eine Richtung bitte. Und das ist oben. Und flunk. Yeah, ja. Babababab. Dido. Ich meine, das war noch irgendwas mit B. Aber das hat... B ist echt nur abbrechen gewesen immer? Oh mein Gott, ich kann mich nicht bewegen in dem Ding. Nimm die da... Raus hier. Alles klar, so verhören bis später. Oder auch bis demnächst. Wie du es für richtig hättest. Die ganze Zeit meine Maus... Ja, ist sie. Aber war ich der Meinung, dass ich es eigentlich abgeschaltet hatte? Alles Hippies. Alles Hippies. Alles Hippies. Ach Gott. Schaffen wir überhaupt noch einen ganzen Run jetzt? Das ist fraglich. Man, eigentlich wollte ich nur, dass der Dings hier resettet wird. Der Spielstand. Mehr wollte ich gar nicht. Aber... Ja. Ab dann hat sich mein Dings gedacht. So, ne. Weißt du was? Lass mal sein. Lass mal lieber. Mach mal lieber wen anders. Und ich gehe nicht wieder in dieses Skandalisationslevel. Ich will nicht wieder meine Sonnenbrille aufsetzen müssen. So, aber wir können... In den Glibbertunnel. Das klingt nach Spaß. Klingt glibberig. Nenn mir den Weißen. Ach shit, my fuck. Es ist jetzt doch dasselbe Level. Hab ich abgeschmatzt. Ne, es ist nicht dasselbe Level. Es ist ein anderes Level. Ja, es ist schon schade. Es ist immer, dass das Ende immer gleich ist an sich. Ich meine, es wäre cool, wenn ich da so ein bisschen abwechseln sehe. G-15-Wear. Vielen Dank fürs Followen. So, ich mach mal hier ein bisschen Turbo. Damit wir hier eventuell diesen Durchlaufen noch schaffen, bevor wir zu Blastkorps überwechseln. Oh, geil, Münzen. Oh, just what I need. Einfach, was ich brauche für meinen Highscore. Yoshi. Ah. Ah, das ist... Aber nein. Banane ist meine Glücksfrucht. Ja, das ist ja mal was. Das ist ja mal was. Vor allem steht im Hintergrund überall Luigi. Ist mir das mal aufgefallen? Hintergrund steht alles voll mit Nintendo und Luigi und N64. Yes. Geht doch. Mach die Tür zu. Kubo. Yoshi. No shit. No shit. Fuck. Deswegen heißt das Level auch Gelebertunnel. Weil alles hier merkwürdig farben ist. Du kannst auch sniffen. Das Lied habe ich sogar tatsächlich auf dem Rechner. Ich weiß nicht warum. Oh, ernsthaft? Das geht nur wieder zurück. Okay. Danke dafür, Teletubby. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Ein Teleport. Und... Shit, da war noch ein Dings. Da hätte ich mal gu... Ugh. Konnte man das Ding überhaupt besiegen? Die Musik ist auf jeden Fall sick. Was ist das denn? Besiegen? Ich weiß das gar nicht mehr. Scheint er mir nicht so, als ob ich ihm Schaden machen würde. Ah, so. Ach so. Das müsste die Explosion machen. Ja, Mensch. Hätte ich geahnt, dass meine Eier so sprengstoffhaltig sind, hätte ich das direkt gemacht. Das ist die Explosion, die das macht. Ja, Mensch. Aha. Ah. Nice. Q2. Das ist nice. Nun kann ich leben. Solange ich nicht wieder in dieses eine Level muss, was so merkwürdig klingt. Damit habe ich kein... Dann habe ich kein Problem damit. Bob die Tür zum Kuhball. Bob die Tür zum Kuhball. Mach die Tür zum Arschloch. Bob die Tür zum Kuhball. Bob die Tür zum Kuhball. Habe ich irgendwas vergessen hier? Weil irgendwie... Ach, hier geht's. Nee, warte, hier geht's nicht lang. WTF. Habe ich einen Weg vergessen? Sackgesicht. Oh, nee, warte mal. Ich glaube, dafür war das Ding, was ich fast kaputt gemacht habe, oder? No shit. No shit. No shit. Ja, gut, das Ding kann ich da gar nicht hinschieben. Ja, Mensch, nice. Okay. Äh, klar, okay. You're welcome, man. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Na, durchbräuchte ich gerade nicht. Geh dafür. Wo kann ich denn sonst noch hin? Hier geht's nicht lang. Das ist so ein Geheimbereich, den ich jetzt gemacht habe, oder? Weißt du, da will man den Kram hier speedrunnen und dann kriegt man nicht mal das auf der Reihe. Ja, komm, lauf einfach ein bisschen schneller. Dich heilt sowieso alles, was du fressen musst. Nee, das war das. Hier muss ich nicht lang. Stimmt, da könnte ich jetzt einfach mal direkt nur straight runter hier. Au, 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 au. Nice spike pit. Spike pit. What, buddy? Nee, warte, jetzt bin ich ja wieder hier. Hä? Ach, stimmt, warte, ich glaube, ich habe das eine Rohr vergessen einfach, ich trottel. Oh, dieses Level. Was ist das nicht so? Ich weiß das schon gar nicht mehr. So viel zum Thema Speedrun. So viel zum Thema Muscheln, Leute. Mach die Tür zu, Arschloch. Yo, shit. Yo, shit. Yo, shit. Ach, gehen einfach durch. Ja, das ist diese eine Vase, die ich ignoriert habe, ich trottel. Das weiß ich wieder. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich jetzt auch wüsste, wo ich langen kann. Okay, das wäre nicht hier, sondern da, genau. Hier durch. Genau, genau, Yoshi. Ah, there we go. Ah, bisschen, ne? Ach, stimmt, die können alles essen. Fressen alles. Technisch gesehen sind es Yoshis, die fressen alles. Oh, shit. Oh, non, I'm alone. Warme, so klar. Aha. Und. Ach, komm. Geht doch. Und meins. Das sind drei, wow. Cool, alle Level für das nächste auswählbar. Woppa. Scheiße, ich kann euch nicht essen. Aber die Melone. Shit, Mann. Ich will doch nur die Melone. Ich will doch nie die Melone. I want that Melone. That sweet water Melone. Leck mich fett. Mach die Tür zu. Penner. Mach die Tür zu. Penner. Komm, ihr habt da was, was ich will. Dankeschön. Raus hier, Mensch. Geil wahr sein. Ossi frisst viel. Yoshi frisst viel. Was ein Ossi. Fast genauso viele Punkte wie beim ersten. Ja, 15 Punkte weniger. Nice. Ist ja fast so, als wäre es geplant gewesen oder so. Oh Gott, wir singen jetzt schon siebeneinhalb Stunden, ey. Das ist echt krass. Ein hippiker, ekelhafter Schleim. Nur, ich fürchte mich doch, die fanden einen Weg durch den Tutel. Ja, das ist ein verstecktes Ding, was irgendwo an der Seite ist. Bow, 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 you all die. Okay. Okay, warte mal. Hier will ich, glaube ich, Nummer 4 machen. Oder? Schneeberg. Oh doch, Schneeberg war, glaube ich, nice. Komm, wir geben dem Roten nochmal eine Chance. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Das Level war nice. Bis auf das Ding, das ist merkwürdig. Und tödlich. Wäre es irgendwie ironisch, wenn der Rote jetzt wieder stirbt. So wie das letzte Mal, wo er einen Auftrag hatte. Das letzte Mal, wo wir den Roten genommen haben, ist er tot gegangen. Oh mein Gott. Ich muss das ja heraufbeschwören, ne? Ich wollte gerade sagen, ich muss das ja heraufbeschwören. But I survive. I will survive. I did survive. Und? Uäh. Malone. 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 I love them, Big Malone. Sieh ab, Junge. Geh's mir auf den Keks mit einem fliegenden Charakter. Okay. Wow. Todes Squad. Das sind sie, um uns alle umzubringen. Deswegen sind sie in Scho-Information. Ah. Ich laufe in diesem Toten-Hamsterrad. Es bringt dich um, wenn du nicht schnell läufst. Dann bringt es dich um und wird dich immer fressen. So sehr es möchte, denn du kannst nichts dagegen tun. Es ist ein Hamsterrad des Todes. Es ist ein Hamsterrad des Todes. Todes. Es bringt dich um, wenn du das nicht kannst. Dann stirbst du und dann bist du tot. Nice. Die Musik ist, macht aber auch ein bisschen hektisch. Macht aber auch ein bisschen Panik, Mann. Oh, und ein Herz aus Kreuz. Das ist eine Menge Melon. Und ich mag mir meine Melon. Okay, das Ding ist merkwürdig. Das Ding sieht aus wie Snake. Wie so ein... Aus Snake halt. Also nicht Solid Snake, sondern das andere Snake. Das ist ein dead Penguin. Gotcha. Und die Banane. Komm, die Banane. Einfach um die Ecke da oben abzurunden. Oh, es ist der Boss. Oh Gott, den kenne ich sogar noch. Ich erinnere mich an den. Ach, Mann. Sorry. Eigentlich wäre es voll OP gewesen hier. Den roten oder den schwarzen oder weißen dabei zu haben. Das Ding ist so hässlich, ey. Aber es schmeißt mit jedem eine Menge Schrock. Machst du dich mal umdrehen? Bäh. Diese Fresse. Bäh. Alter, wie das Ding halt mal rumschwabbelt. Den kennst du nicht mal? Echt, ich habe mich an den voll erinnert. Ich bin überbelichtet aus meinem Zimmer gerade. Das habe ich auch selten. Und das, obwohl wir Turbo gemacht haben, haben wir mehr Punkte als sonst überall. Nice. Aber nicht so viele Herzen, ne? Oh, wahrscheinlich müssen wir in ein Level, wo ich überhaupt keinen Bock da offer habe. Oh, ohne Scheiße. Ich freue mich gleich richtig auf Blaskorps. Einfach, weil ich habe es mir damals bei Weehawk und Matz angeguckt. Deren Platin-Challenge. Oh, ohne Scheiße. Es ist, äh... Es ist good stuff. Ja, shit. Wir müssen das Baumhaus machen. Das Baumhaus ist scheiße. Ich mag das Baumhaus nicht. Nehmen wir mal den hellblauen. Nein, den hellblauen. Ja, ich greife einfach schnell ab, was ich dann greifen kann. Und dann sieht... Ich mag dieses Level nicht. Es ist zwar an sich... Es ist nicht mal linear. Es ist einfach ein offenes Level. Jetzt geht nämlich das wieder los. Yes, okay. Danke dafür. Hauptsache, ich muss das Unterwasser-Level nicht machen. Wow. That's some freaky shit. Aber die Musik ist hier ganz nice. Du dumm Massack. Ich bring dich um. Also an sich kannst du hier überall hingehen, wo du willst von Anfang an. Das Level ist einfach so aufgebaut. Aber ich mag es irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach irgendwie so das Level, was ich nicht machen möchte. Neben dem Unterwasser-Level. Das ist... Das ist Fakt. Wow. Weil das Unterwasser-Level ist noch schlimmer. Platin-Challenge und Blascorps... Ich hab Blascorps noch nie richtig gespielt. Ich glaub, ich hab damals ein oder zwei Level gemacht. Und dann... Ja. Oh shit, man. Aber ich hab Blascorps sonst nie gespielt, wirklich. Deswegen... Deswegen... Bin ich mal gespannt... Du Kackbatzen. Plonk. Dankeschön. Aber trotzdem, die Herzen würde ich schon gern. Einfach, damit ich kein Unterwasser-Level machen muss. Unterwasser-Level behagen mich. Ey, 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 ey. Komm her jetzt. Komm, tanz mal an. Ich will da nur rüber. Keine Ahnung, wo das letzte Herz ist, though. Aber ich glaube, es war irgendwo ganz oben. Wäre mir nicht ganz... Nämlich doch, die schnelle Rad zu waschen. Meines war hier irgendwo. Wenn ich mich ganz täusche. Bäh. Fuck my life. Ja, fuck my life, doch. Fuck is hard. Ich glaub, ich kann's sogar hören. Da. Alle. Nice. Also, weil ich mich erinnere, sind jetzt gleich in der nächsten Welt die letzten drei Level oder so. Die letzten beiden Level. Einfach kein Unterwasser-Level. Und da wäre ich schon sehr dankbar drüber. Ich hasse Unterwasser-Level. Bäh. Ist einfach da und... Plonk. Auch nice. Dankeschön. Und mal her. Warum tanzt du ja nicht auf Stelzen? Ich meine, das... Ich will euch ja nichts vorschreiben. Aber auf so einer Schrägung scheint mir das ziemlich riskant. Ich will ja nicht, dass ihr euch wehtut. Eure ein Stummelbeinchen. Eure ein Stummel-Stelzenbeinchen. Aber okay, wenn ihr das kompensieren müsst, ist natürlich... Herzenssammeln bringt dir nur, dass du dir andere Level aussuchen kannst in der nächsten Welt, mehr nicht. That's everything. That's all, folks. Oh fuck. Oh fuck. Okay. Saved. Saved. Warte mal, ich kann ja hier noch runter. Da ist ja auch, glaube ich, noch was gewesen sonst. Ba-ba-ba-ba-da. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ach ja. Ich glaube, man muss an den vorbeischleichen, wenn ich mich nicht erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere. Kann sich also nur noch um Stunden handeln. Wir müssen einfach an den weißen Punkten uns vorbeischleichen, Kinder. Wobei ihr nicht mal aussieht wie Bienen. Das ist nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Okay, ich bin Audi. Fuck it, the fuck it, the fuck it, the fuck it, the fuck. Okay. Blöder Penner da oben. Was fällt dir meine hier? Ich muss hier durch. Echt jetzt? Okay, okay. Ja, chillt doch mal euren Base-Level. Ich jetzt? Ich treffe den nicht. Okay, fuck das. Ich gehe woanders hin. Dark Knight Rivera, vielen Dank für das Verlauern. Der Dark Knight, der ist wieder da. Würdest du mich jetzt killen, wenn ich eine Chili-Schote esse? Ich glaube, ja. Aber nein, es ist hier, hier ist ja gar nichts. Deswegen hasse ich dieses Level. Denkst du die ganze Zeit, damn it, hier war ich schon. Ah, hier. Schon besser. Und aufwärts. Voll weggefetzt, das Ding. Ah, dieses Ding. Und up, up, anyway. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Wow, wow, wow. Ich habe doch nur noch drei Frucht irgendwas. Hier muss doch irgendwo Obst sein. Warum liegt ja eigentlich Obst? Okay, das... Hätte ich das mal vorher gewusst. Ich wäre zuerst hier gewesen, ohne Scheiß. Das ist einfach lots of Obst. Und es ist Obst im Haus. Du Oberzecke. Knack, knickidi, knack. Mein Genick brächt. Nice. Es ist Obst im Haus. Du Oberzecke. Du Oberzecke. Es ist die Jean-Treas-Version, die kennt nur keiner. Du Asshole. Oh, Mann. Sorry. Es ist Obst im Baumhaus. Du, 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 da, ba, 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 ba. Oh, yeah. Und es ist ein Baumobst im Haus. Oder war Level 4 doch... Ah, ne, Piratenbucht, ah, Privatenbucht, das ist die private Bucht. Das ist die privateste aller Buchten. Das weiß noch keiner, weil sie privat ist. Ja, das Level ist funny. Ich erinnere mich, das ist nice. Ich finde es geil, wie die Bomben einfach nur so pürf, so plonk. Ja, danke dafür. War mal das hier, Banuay Shygeist ändert ihre Farbe, wenn man, ne, wenn man Stampfattacke macht. Ist an sich total knuffig. Oh, meins. Shit, keine Eier mehr. Guck mal her, ich brauche mal dich. In blau genau. Du hast blau genau gelöst, du hast blau genau gelöst. Ich frag mich nur, wieso? Ich rush hier gerade durch, also nicht wundern. Das wird das vielleicht heute noch, ne? Da. Yoshi. Oh, no. So an der Dnerd, vielen Dank für's verloren. Ey. Wow. Yoshi Metal. Das ist Metal, Yoshi. So ein, auf einmal ist so ein Yoshi auf Wacken. Und geht irgendwie hier zu, zu Ruskaya ab oder sowas. By the way, Ruskaya ist nice. Das klingt, das klingt, das klingt, äh, catchy und merkwürdig. Hier im Lied, das heißt Psychotraktor. Ich glaub das sollte, ich glaub das sollte hier euch ansporn genug sein. Äh, Scusi. Plonk. Okay. 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 Alles okay. Ich will hier nur noch raus. Oh, snap. Yup. Speedrun Tactics. Speedrun Strat. Wenn man einfach nur noch raus will. Nur noch eine noch. Oh shit. Okay. Got it. Ich glaub wir haben nicht eine, nicht ein Herz gesammelt, oder? Der Terror Tempel in Brinkbreaker. Der Terror Tempel? War das jetzt, war das der wo du überall mit dem Licht rum dödeln musstest? Ich mein das war der. Der ging doch, oder? Oder bin ich jetzt komplett durch'n Tüdel? Ich glaub ich bin komplett durch'n Tüdel. Das ist gut möglich. Ja, der als 6... Okay, als 6-jähriges Kind ist was anderes. Als 6-jähriges Kind ist alles furchterregend. Furchterregend. Alice Cercery will dann verschwollen. Als sie noch 6 war, hatte ich auch Schiss hier in das Grab der Alten zu gehen, hier in Ocarina of Time. Wegen den Redeads. Die haben einfach mega Angst gemacht. Als kid. Tüftelschloss. Ach, das ist das Ding. Ach komm, das klärt der Grüne. Der Grüne ist der Boss. Der Macker. Er ist der Macker. Ja. Hoi. 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 Ach, das Level. Ich erinnere mich. Gimmick Level. So nach dem Motto, wir müssen's drin haben. Die Steilfoss gegen die seltsamerweise, aber... Ja, die Steilfoss... Von denen hab ich keinen Schiss. Das waren bei mir eher die Redeads. So mit der Tatsache, dass sie einen komplett Stun konnten und alles. Ich glaub, das war bei mir eher der Fall. So. Ich speedrun das mal ein bisschen hier, ne? Oh. Warum auch immer man hier noch Herzen einsammeln sollte. Und ich durch ne Klinge laufe. Like it's nobody's business. Geil. Auaau. Man hat mir fast das Gesicht aufgeschlitzt. Ist ja nice. Okay. Hier. Hier. Oh shit. Nice. Läuft. Einmal Eier, bitte. I need them eggs. Oh, ich rush das mal ein bisschen, ne? Hope you don't mind. Oh, cool. Münzen. Oh, ne Melon. Ne Melon. I need some Melon. And I'm alone. To be alone. Ich hab jetzt auch die Redeads... Ja, aber die... Ganz ehrlich, die Wind Waker... Die fand ich auch irgendwo ziemlich... Die fand ich schlimm irgendwo. Die sahen böse aus. Ach ja, stimmt. Ich bin... Weder weiß noch schwarz. Ich darf nicht alles essen, was mir in die Quere kommt. Ah, nice. Okay, durch. Fuck you. Alter, was war Yoshis Zunge grad so... Nein! 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 Fuck my life. Hm. Ja, also... Ja... Es war beides, äh... Redeads generell... Damals... It was scary. Scary thought. Scary Monster. Rushing. Aua. Rushing this. Gamer Queen. Vielen Dank fürs Followen. Okay. Ging grad nochmal gut. Die Redeads in... Das Schlimme ist, die in... Wind Waker haben an sich auch keine wirklichen Geräusche gemacht, oder? Oder erinnere mich da jetzt einfach falsch dran? Ich meine, die in Wind Waker haben wirklich, äh... Erst dann angefangen Geräusche von sich zu geben, wenn... Wenn du sie gesehen hast. Und dann war es halt scary. Aber sonst... Haben die, glaube ich, keine Geräusche von sich gegeben. Und bei den Redeads in Ocarina of Time war das immer dieses... Hm... Das... Das hat mich schon... Immer... Ausgecreept irgendwie. Dieses Geräusch von denen einfach. Das fand ich schon immer damals schlimm. Deswegen, ich glaube, die in Wind Waker haben nicht mal Geräusche gemacht. Und bis zum nahe Ende des Spielzeits... Äh... Wurden die ja nicht mal vorgestellt. So, warte, jetzt ist... Ich wusste es nicht mehr. Mann. Ich hatte Panik, ja. Dieses Level hat mich damals schon immer umgebracht. So, der Weiße muss jetzt den Schwarzen retten. That's a story, Trump don't want to hear. Alter! Dankeschön. Ich brauch doch nur noch irgendwie... Etwas... Ah, die Ehrlichter waren auch fies, ja. Oh, jetzt hab ich Bock hier... Ich hab ja... Schönerweise... Muss ich ja sagen... Ich weiß ja nicht, wie ihr da Bock drauf hättet. Aber ich hab ja mittlerweile mir die HD-Version von... Von Wind Waker geholt. Und ich weiß ja nicht, ob ihr down dafür wärt, ob wir das mal irgendwann machen als Projekt. Wind Waker als... Ne? Wind Waker als Projekt irgendwie. Ich weiß ja nicht, ob ihr dafür down wärt oder so. Ich will jetzt nur noch hier raus, ja. Ich glaub ich ja... Okay, danke. Danke Spiel. Ich sag, ich will nur noch hier raus und das... Macht es. Gaff, 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 gaff. Gaff, 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 gaff. Ich liebe es, wenn die Explosion ihn einfach trifft. ... Ich liebe's, wenn die Explosion ihn einfach trifft. Zzzz... Alter, die Explosion macht dir Arbeit. Buh-buh-buh-buh-buh Komm-boh-kampang Stunlock, fuck off B-b-b-b Gnarf, gnarf, gnarf Äh, Metroid Time for Corruption, ich glaub nicht Oder warte mal Doch, hab ich Das hat man mir auf dem Japan-Tag geschenkt, genau Aber ich hab nur den dritten Teil, ich hab die ersten beiden nicht Also ja, es ist ein bisschen doof Luki zockt, vielen Dank für das Fallon Stimmt, das war's du In der dänischen Hülle Die war dänisch So, genug Yoshis hier Das ist, äh